Hallo meine Damen und Herren und herzlich willkommen zu einem neuen Get-A-Way-Video und ihr seht es ja schon, ich habe einen Transportpanzer jetzt fehlt mir nur mehr, ich zeig es euch schnell, geil sag es euch, mir fehlt dann nur mehr, der Pushback-Truck und dann habe ich alle Explosions-Challenge wird sicher easy sein ich weiß welche Challenges kommen weil der Peter, also mein Schuhfreund genau den selber auch gekriegt hat und da auch schon die Challenges gemacht hat bis auf die Challenge, ja bis auf eine Challenge, weil die Wasser nicht schafft sag ich mal so es wird es ja sein, also ich sag es nicht weil es für euch eine Überraschung sein soll da, tschüss süß Junge und bin schon wieder aufgestellt ja, ich habe halt die Spring-Tool danke, 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 dass wir da stehen für die Beschwörung des äh, keine Ahnung was weil ich habe vor 200 Code und ich wollte die ganze Zeit spinnen und habe es vergessen und jetzt habe ich es halt zweimal spinnen können und ich wollte das direkt mit euch aufnehmen jawohl, hab es gleich geschafft, hab es gleich geschafft, hab es gleich geschafft zack jawohl warte freaking monkey alter, was ist denn Melidea Melidea warum verfolgt sie mich, wenn ich wenn ich für euch ein Verbündeter bin ihr Deppen schieß Polizei Alter, was geht mit euch ab ich bin tot tot ich bin tot Raube war falsch das ist die Gemeine weil der Täter ähm hat es nie geschafft ich habe er mal probiert bis er ein Monster Truck gekriegt hat weil er den unbedingt kriegt wird deswegen hat er immer bei mir gespielt ähm Monster Truck war ein bisschen leichter sein gekriegt als wie ja sagen wir so Transportpanzer aber Challenge geht uns beide am Arsch sag ich mal wirklich weil ich bin ich sag es ungelogen sicher dreimal die ganze Map gefahren und hab nur einen oder sogar keinen ähm Tresor gefahren beim Tuk Tuk ähm das habe ich nicht aufgenommen weil das lang gewesen wäre sonst das Video ähm Luft Challenge habe ich halt auch geschafft beim Tuk Tuk und Dings Challenge habe ich auch geschafft äh Distant Challenge was da gekommen ist und danach das habe ich aber nicht aufgenommen Tresor Maximum wo wo geht es da rein 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 da da tschüss FBI lost lost me ich falle mir nicht einmal das ist so gut das ist so gut für den Transportpanzer wirklich voll geil wo ist das und ich fahre da wieder raus wo ich reingefahren bin sie sind in der Nähe lol Digga wie nah ist der geil hab mir bitte 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 okay wurscht äh ich brauche halt jetzt nur mehr einen zweiten Tresor Maximum hallo Militär Kollegen brauche ich jetzt nur mehr einen zweiten Tresor Maximum was schwierig sein wird den zu kriegen da hat der freaking monkey ich bin tot ich bin tot ich hab echt gewalt äh vier Minuten noch mal ach um da geht es ich noch mal aus da ich bin sicher Rekorder weil safe also wenn es auch spült Digga safe von Okana ein pushback truck und safe von Okana ohne Autos weil ich bin halt der einzige von mein freundes kreis von beide und von mir der einzige von uns beiden spielen auch gerne keine ahnung freizeit beschäftigen ist das gefühl schon ein hobby wirklich für mich ist das gefühl ein hobby das spielen get away weil keine ahnung also mir fällt jetzt kein grund aber tross wir maximum tross so maximum danke wurscht ich hoffe ich kriege den auch so erledigt wer ist denn der irgendwas ist gerade kein mehr sicher das wieder oder sowas da ist er ich fahre am hinten drei alter wie viel hat der viel leben verloren nicht hat er viel leben sondern hat er viel leben verloren darum geht es und oben sechs unter der punktezahl ich brauche zwei und das ist das schwere Traum und ich slide nicht weil ich gepanzerte reifen habe zack ist da drüben ein Dresor am maximum nein aber da ist ein Fragezeichen nein das gibt es nicht das gibt es nicht ach komm ich beend es einfach und dann tschüss mein damm